Ja, dann nochmal einen wunderschönen guten Abend an alle Anwesenden hier beim Ahnfasche Stammtisch Unna. Ich darf euch alle und unseren heutigen Referenten Matthias Daberstiegel sehr herzlich begrüßen. Um was geht es heute Abend? Heute Abend geht es um Ortsfamilienbücher, die eine fantastische Forschungsquelle sind. Stellen Sie doch eine Übersicht der Familien in einem Ort über die Jahrhunderte dar mit Daten und anderen Angaben. Und die Erstellung eines Ortsfamilienbuches bedeutet das Hinterlassen einer der wichtigsten genealogischen Forschungsquellen. Für die nächsten Generationen von Ahnenforschern und auch für die eigenen Nachkommen. Also wenn man ein Ortsfamilienbuch erstellt, hinterlässt man wirklich den kommenden Generationen ein richtig tolles Werk. Die Erstellung eines solchen Werkes bedeutet einen zeit- und arbeitsintensiven Aufwand, der sich aber sehr lohnt. Und der Matthias wird uns also heute an den Beispielen selbst erstellter Ortsfamilienbücher aufzeigen, wie das geht. Welche Software er verwendet hat und was zuletzt bei einer Publikation zu beachten ist, was also wichtig ist und wie man publizieren kann. Und deshalb gebe ich jetzt weiter an Matthias und wünsche uns allen wieder einen wunderbaren, interessanten und informativen Online-Vortragsabend hier beim Ahnenforscher Stammtisch UNA. Und Matthias, du hast das Wort. Ja, danke Georg. Ich freue mich, dass ich da sein darf, dass ich das vorstellen darf. Ich habe ein Ortsfamilienbuch für Lockwitz, wir sehen hier eine wunderbare Karte, dort wo ich wohne, sozusagen erstellt und habe dabei natürlich meine Erfahrungen gemacht, denn ich habe insgesamt zweieinhalb Jahre daran gearbeitet. Und von daher will ich damit beginnen, was eigentlich die Motivation ist, um so ein Werk zu machen. Also wir sehen hier kein Kunstbuch, sondern das ist wirklich das Buch, was dann dabei herausgekommen ist. Für mich war das wirklich so, als ich 2003 mit der Ahnenforschung angefangen habe, bin ich relativ schnell auf die badischen Ortssippenbücher gestoßen. Und weil ich Vorfahren in Baden habe, ich selber bin in Dresden geboren, aber der Urgroßvater stammte sozusagen aus dem Graichgau. Und da gibt es sehr viele Ortssippenbücher und ich bekam von einer Bibliothek im Graichgau tatsächlich eine Kopie des Ortssippenbuches von Bahnbrücken. Das ist ein sehr kleines Ortssippenbuch und ich war ganz begeistert. Ich musste nicht mal was für diese Kopie bezahlen, weil die einfach gesagt haben, das fällt bei uns unter sozusagen die Hilfe für Ostdeutschland. Das fand ich ganz nett, dass sie das 2003 auch noch gemacht haben. Auf jeden Fall bekam ich dieses Ortssippenbuch und hatte plötzlich wenig zu tun, außer die Daten einzugeben. Aber ich konnte mich plötzlich darauf konzentrieren, welche Geschichten zu den Leuten da sind und konnte da viel weiter forschen, kam viel schneller voran. Und das war sozusagen der Punkt, der mich bewogen hat, auch so ein Ortsfamilienbuch irgendwann mal zu machen, einfach um da was zurückzugeben. Das fand ich sehr schön und sehr wichtig. Punkt war auch der persönliche Bezug. Ich hatte überlegt, ja, zu welchem Ort machst du jetzt ein Ortsfamilienbuch? Anbieten würde sich normalerweise, dass man das zu einem Ort macht, wo man sehr viele Verwandtschaft hat, damit auch die eigene Forschung davon sozusagen profitiert. Das habe ich dann allerdings verworfen, weil ich feststellte, dass ich in Lockwitz, wo ich wohne, tatsächlich auch Vorfahren habe. Zwar nur angeheiratet, aber eben doch Vorfahren. Und dementsprechend habe ich mich dann entschlossen, das für Lockwitz zu tun, auch weil ich hier im Heimatverein unterwegs bin und mittlerweile auch frischgebackener Vorstand. Und aus dem Grunde, dass natürlich auch eine sehr gute Kombination ist. Auf der einen Seite das Ortsfamilienbuch mit der Erfassung aller familiären Zusammenhänge eines Ortes. Und auf der anderen Seite aber auch dieses ganze Thema der Heimatgeschichte, der überhaupt der Geschichten, die im Ort so passieren. Wie gut kann man das miteinander verbinden? Das war für mich auch so eine Motivation, das zu machen. Außerdem gab es in Lockwitz schon sehr viele Chroniken. Daran hatten schon sehr viele Menschen mitgeschrieben. Es gibt alleine drei oder vier Straßen in Lockwitz, die die Namen von Ortschronisten tragen. Jetzt hoffe ich nicht unbedingt, dass es dann irgendwann eine Darberstilstraße gibt. Das klingt auch ein bisschen komisch. Muss nicht unbedingt sein. Aber es gab dieses Material. Und man muss zu Lockwitz eines wissen, deswegen ist dieses Buch auch von 1757 bis 1907, die Kirchenbücher vor 1757 sind komplett verbrannt. Es gibt erst wieder sozusagen ein Kirchenbuch von der Zeit vor 1623, weil da die Gemeinde Lockwitz noch zu Leubnitz gehörte. Und dementsprechend es dann dort noch ein paar Einträge gibt. Die sind auch in diesem Buch enthalten. Aber sozusagen die Gesamtauffassung betrifft eben nur diesen Zeitraum. Das heißt, dafür sind Chroniken natürlich dann sehr, sehr wichtig, weil man auf diese Art und Weise vielleicht eben auch Lücken, die da entstanden sind, schließen kann. Das ist mir zum Teil tatsächlich gelungen. Ja, und ein bisschen Stolz und Wahnsinn gehört natürlich auch dazu. Den Stolz sieht man mir, glaube ich, auf diesem Bild ganz gut an. Aber ein Wahnsinn ist es ehrlich gesagt auch, weil man hat schon ganz schön damit zu tun. Und deswegen will ich euch dann auch ein paar Tipps geben, wie man diesen Wahnsinn so ein Stück weit eindämmen kann. Ja, und wie es ein bisschen einfacher wird, so ein Buch dann wirklich auch zu machen. Okay, Ortsfamilienbücher in Deutschland gibt es sehr, sehr viele. Wir haben mittlerweile das tausendste Online-Ortsfamilienbuch gerade erlebt, sozusagen. Es ist gerade online gegangen. Es gibt die Arbeitsgemeinschaft Mitteldeutsche Familienforschung, die AMF, die einen sehr großen Bestand an Ortsfamilienbüchern herausgegeben hat. Es gibt den Kardaminer Verlag, der sehr intensiv dieses Thema beackert und auch in seinem Online-Shop sehr, sehr viele Ortsfamilienbücher hat. Und es gibt noch Eigenverlage, meistens in Zusammenarbeit mit sogenannten Book-on-Demand-Verlagen, also ePubli oder BOD, wo dann eben Menschen eigene Ortsfamilienbücher in Eigenverlag herausbringen. Der ältere Begriff, über den hatte ich schon gesprochen, ist Ortssippenbücher. Es hat sich aber jetzt der Begriff des Ortsfamilienbuches eigentlich eingeprägt, weil der Begriff der Sippe natürlich auch etwas vorgeprägt ist. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Tja, die Entscheidung, die man am Anfang treffen sollte, ist die, wie will ich mein Buch eigentlich veröffentlichen. Das ist jetzt ein bisschen komisch, weil man denkt, okay, wir müssen ja erst mal arbeiten, bevor wir veröffentlichen können. Ja, das ist richtig, aber es kommt auch ein bisschen darauf an, weil das auch Entscheidungen treffen muss hinsichtlich der Erfassung und auch hinsichtlich der Publikation. Und deswegen habe ich mal hier so einen Vergleich gemacht zwischen Buch und Online. Was ist eigentlich da so der Vor- und der Nachteil? Also die Lebensdauer ist bei Büchern definitiv länger. Warum? Alles, was online ist, muss nach 25 Jahren eigentlich umkopiert werden. Ja, irgendwelche Datenträger sind dann mürbe. Das heißt, es muss eigentlich dann auf ein neues Speichermedium übertragen werden. Bei Büchern, das wissen wir alle, es gibt Bücher, die sind sehr, sehr alt. Und die Bibliotheken, gerade die, die dann in der Region sind, kaufen auch Ortsfamilienbücher sehr gerne an. Das heißt also, sie werden auch verfügbar. Und das ist ein Punkt, der definitiv in dem Falle für das Buch spricht. Aktualisierung ist im Buch natürlich deutlich schwieriger. Es ist nur möglich durch eine Zweitauflage, die dann entsprechend verarbeitet und verbessert worden ist. Wo das Problem liegt, sage ich dann später noch. Und beim Online-Buch ist es einfacher. Da kann man einfach einen Upload machen und die GetCom starten. Und ja, dann ist das Buch sofort online und verfügbar. Als Partner kommen beim Buch Verlage in Frage, Selbstverlag, wie gesagt, Book on Demand. Was heißt, dass die Bücher nur gedruckt werden, wenn sie auch wirklich bestellt werden? Das ist auch eine Kostenfrage. Und online, ja, da ist der Partner eigentlich kommt gehen im größten Sinne, weil die eigentlich die größte Website für online Ortsfamilienbücher haben. Oder es gibt auch Ortsfamilienbücher, die auf der eigenen Website veröffentlicht werden. Das ist dann immer mit den technischen Fertigkeiten desjenigen, der das macht, verbunden. Das muss man dann selber entscheiden, ob man das kann oder nicht. Erreichbarkeit. Beim Buch, ganz klar, die Bibliothek oder man kauft das Buch. Bei online ist natürlich wirklich eine weltweite Auffindbarkeit da. Es ist eine Website, die ist 24-7 online. Das heißt also, die ist jederzeit erreichbar. Macht natürlich auch etwas aus. Suchmöglichkeiten. Ja, im Buch nach Familiennummern online etwas komfortabler, weil die Daten natürlich dann dort verlinkt sind. Und das macht es natürlich dann teilweise einfacher, die Daten zusammen zu klicken, wie man so schön immer sagt. Und im Buch muss man halt suchen und blättern. Bei den Einnahmen, ja, viele denken ja, wenn man ein Buch rausbringt, das bringt richtig Kohle. Ich muss leider sagen, das bringt es definitiv nicht. Auch nicht als Ortsfamilienbuch. Man bekommt noch nicht mal entsprechende Tantiemen, wenn das Buch veröffentlicht wird, weil Ortsfamilienbücher offiziell auch nicht unter den Fall fallen, dass man da ein Autorenhonorar in irgendeiner Form von irgendjemandem bekommt. Das gibt es alles nicht. Bei online, ja, hat man überhaupt keine Einnahmen. Da veröffentlicht man die Daten und fertig ist es. Von daher, ich habe jetzt von meinem Ortsfamilienbuch, soweit wie ich aktuell weiß, etwa 75 Stück verkauft. Die normalen Auflagen für Ortsfamilienbücher liegen etwa bei 100 Stück und nicht mehr. Beim Aufwand, beim Buch ist es etwas höher, einfach deswegen, weil man die Daten ja auch entsprechend druckfähig aufbereiten muss. Bei online ist es deutlich niedriger, weil man im Endeffekt eigentlich nur eine GetCom hochladen muss. Von daher ist es einfacher. Beim Buch kann man illustrieren etwas mehr als online, weil online ist dann das auch limitiert, aber auch da ist es mittlerweile möglich. Und Quellenangaben hat man im Buch nur als Verzeichnis, währenddessen online man natürlich bei jedem Eintrag auch die entsprechende Quelle dazu nennen kann. Das liegt einfach darin, dass sie in der GetCom natürlich mit verknüpft ist. Aber derjenige, der das Buch macht, muss natürlich auch diese Daten alle mit erfassen, was bei der Erfassung natürlich dann zusätzlich einen ganz schönen Aufwand bedeutet. Ja, und Verlinkung hat man beim Buch natürlich logischerweise nicht. Aber online gibt es natürlich die Möglichkeit, auch mit anderen OFB zu verbinden. Man sieht das manchmal auch jetzt schon, dass dann oben angezeigt wird, hier ist noch ein Datensatz in einem anderen OFB. Und das macht es dann vielleicht ganz interessant an dieser Stelle. Ich komme dann noch dazu, warum ich mich dann doch für das Buch entschieden habe, wo doch so viel eigentlich auch für eine Online-Variante spricht. Ich würde aber sagen, ganz wichtig, ihr müsst euch entscheiden. Es geht eigentlich nur entweder oder. Weil wenn ihr online veröffentlicht und gleichzeitig noch ein Buch rausbringt, wird dieses Buch eigentlich fast niemand mehr kaufen. Weil die Daten sind ja alle öffentlich zugänglich. Und dementsprechend muss man sich entscheiden. Ja, ich habe mich entschieden, erst das Buch herauszubringen und die Daten dann nach einer gewissen Zeit selber auch online zu veröffentlichen. Das ist, denke ich mal, eine ganz gute Strategie. Ist aber meine Strategie. Muss jeder zum Schluss für sich selber entscheiden. So, welche Quellen habe ich jetzt benutzt für das Ortsfamilienbuch von Lockwitz? Erstmal den Zeitraum, 1757 bis 1907. Ich habe schon gesagt, warum. Insgesamt erfasst ist aber ein Zeitraum, der länger ist. Aber natürlich dann nicht mehr vollständig. Das heißt also, nicht alle Daten sind da vorhanden in diesen Jahren. Geht sogar bis 2019, weil ich von einigen Lockwitzern sogar die Möglichkeit bekommen habe, ihre Daten im Buch zu veröffentlichen. Das ist eine Datenschutzfrage. Da lag mir also dann auch eine schriftliche Bestätigung vor, dass ich diese Daten veröffentlichen darf. Es gibt auch einige Lockwitzer, die ganz enttäuscht waren, dass sie sich darin nicht gefunden haben und mich dann angefragt haben. Und ich muss Ihnen dann leider sagen, dass ich eben aus Datenschutzgründen keine späteren Daten veröffentlichen darf. Und das hat dann auch für große Verwunderungen gesorgt, insbesondere bei Personen, die schon verstorben sind. Was natürlich auch korrekt ist, weil dann macht es nämlich keinen Sinn. Da gibt es nämlich auch keinen Datenschutz mehr. Aber es gibt ein Personenstandsgesetz und auf das muss man an der Stelle achten. Das Thema Datenschutz gehe ich dann nochmal kurz ein. Insgesamt sind in dem Buch 33.000 Personen, 13.000 oder fast 14.000 Partnerschaften. Genutzt habe ich insgesamt 517 Quellen an 24 Standorten, wobei die Standorte zum großen Teil online erreichbar gewesen sind. Warum jetzt so viele Quellen? Das sind natürlich nicht alle Quellen nur zu Lockwitz, logischerweise. Sondern das sind dann eben auch Quellen, die beispielsweise Standesamt Dresden in allen möglichen Ausprägungen oder auch in Limbach, Oberfrohna oder in Hamburg oder anderswo, wo sich überall Lockwitz herumgetrieben haben. Denn ich habe es mit meiner Erfassung ein bisschen übertrieben, womit wir bei dem Punkt Wahnsinn wären. Denn man kann natürlich heute sehr viel recherchieren. Insbesondere zu Dresden gibt es eine sehr, sehr komfortable Online-Quellensituation. Wir haben die Zivilstandsregister der Stadt Dresden, die von 1876 bis 1957 mittlerweile vorliegen. Kirchliche Wochenzettel 1685 bis 1879. Ein Äscherungsregister gibt es. Also da ist eine ganze Menge an Material da. Wir sehen hier beispielsweise die Sterbeurkunde eines der bekanntesten Lockwitzern, Julius Hermann Tögel. Der war hier Chroniker und war gleichzeitig auch der Schulmeister des Ortes. Und dementsprechend sehen wir hier seine Sterbeurkunde. Da gibt es also eine ganze Menge. Und natürlich gibt es dann logischerweise auch Bezüge, wo die Leute hingezogen sind, ob sie dann woanders nochmal geheiratet haben und, und, und. Und diese Daten kann man natürlich alle mit erfassen. Man muss es aber eigentlich nicht, denn es geht ja immer um den Ort. Das heißt, eigentlich sind die Daten, die im Ort sind, das Entscheidende. Ich habe das allerdings getan in völliger Überschätzung dessen, wie viele Daten dann noch dazukommen können. Das macht es jetzt natürlich für die Menschen, die jetzt Lockwitzer haben, einfacher, das zu finden, weil sie natürlich viel mehr Anknüpfungspunkte finden in diesem Buch. Aber es macht das Buch natürlich auch umso größer. Von daher muss man sich vorher genau überlegen, welche Daten will ich jetzt wirklich erfassen zur Person. Betrifft das nur den Ort oder auch anderes? Ja, kaum hatte ich die Zivilstandsregister alle aufgenommen, kam Archion und brachte die Kirchenbücher von Dresden heraus. Dementsprechend hatte ich die Möglichkeit, natürlich bei Archion sofort weiterzuforschen. Das heißt, ich habe erst mit den Zivilstandsregistern angefangen und dann mit den Kirchenbüchern. Empfehlenswert aus meiner Sicht, das ist meine Erfahrung jetzt auch beim zweiten Ort von dem Buch, als ich gerade fertig stelle. Es ist besser, bei den ältesten Büchern anzufangen und zu den jüngeren Dingen hinzugehen. Das ist eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall gerne weitergeben möchte. Wir sehen hier die Seite, sozusagen die erste Seite aus dem Jahre 1757, in der unter anderem auf der linken Seite auch beschrieben wird, warum eigentlich die anderen Kirchenbücher verbrannt sind. Nämlich, weil beim Abzug der Preußen aus Lockwitz einer der Soldaten unbedingt noch eine Taube vom Dach des Pfarramts schießen musste und damit das Strohdach in Brand gesetzt hat und sämtliche Dinge, die da sind, sind verbrannt. Dementsprechend gibt es heute da auch keinerlei Unterlagen mehr, auch keine Kirchenrechnungen, nichts. Es ist alles verbrannt. Hast du dich so schmutzig gemacht? So, noch zu den Chroniken. Auch die findet man, findet man mittlerweile sogar online, weil die in einem Nachlass drin waren. Und die SLUB das auch auf Betreiben unseres Heimatvereines digitalisiert hat und zur Verfügung gestellt hat. Wir sehen auch eine sehr schöne Handschrift, das muss man wirklich sagen. Also ich war sehr begeistert, kann man sehr gut lesen. Im Heimatverein gab es aber schon eine Abschrift, die man also auch ohne Kenntnis der alten Schrift sehr gut lesen kann. Wir finden das also hier in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek, in der digitalen Bibliothek. Also auch das konnte ich mit nutzen. Dort war auch ein Häuserverzeichnis darin und für den Zeitraum, der eben schon deutlich eher ist, nämlich 1732 bis 1868. Ja, und hier sehen wir dann auch sozusagen die Übersetzung, die es im Heimatverein gibt. Dann schon von der Fortschreibung 1900 bis 1941. Also auch da gab es bereits vorliegendes Material, was man für dieses Ortsfamilienbuch mitnutzen konnte. Daneben gibt es natürlich auch solche Sachen wie einen Friedhof. Ja, auch da gibt es bereits jemanden, der den gesamten Lockwitzer Friedhof abgelichtet und bei Kommtgehen mit eingestellt hat. Also auch diese Dinge kann man natürlich dann mitnutzen. So, kommen wir zur Auffassung. Ja, Karteikarten waren wirklich gestern. Wer heutzutage ein Ortsfamilienbuch macht, der geht normalerweise nicht mehr ins Kirchenbuchamt und fängt an, mühsam auf Karteikarten die Familien zusammenzustellen, das mit nach Hause zu nehmen und dann in den Rechner zu klöpfen. Das passiert wirklich nicht mehr. Heutzutage erfasst man eigentlich gleich direkt am Rechner, insbesondere, wenn die Daten online vorliegen. Das habe ich auch getan, auch um eine doppelte Erfassung zu vermeiden. Sonst hätte ich wahrscheinlich vier Jahre für das Buch gebraucht. Dementsprechend hatte ich allerdings auch, und das muss ich sagen, einen Zugang auch zu Originalquellen im Fahramt. Ich habe für die Lockwitzer Kirche und auch die Röhrsdorfer Kirche, die dort mit dazugehört, eine Spendenkampagne konzipiert, die sehr erfolgreich war. Ich denke, man war mir da vielleicht auch was schuldig. Vielleicht war ich aber einfach auch nur nett und habe freundlich gefragt. Womit habe ich mein Ortsfamilienbuch sozusagen erfasst? Ich benutze das Programm AGES, die 2.1.0-Version. Offiziell ist das immer noch eine Beta-Version, aber sie funktioniert eigentlich besser als jede Beta-Version. Die hat eine sehr komfortable Eingabemaske, die wir hier mal vor uns sehen. Ich habe mir nochmal den Karl-Judis Hermann Tögel hergenommen, wo wir hier jetzt auch sehen, der Mann war dreimal verheiratet. Und man kann die Daten hier sehr direkt eingeben. Man kann diese Eingabefenster auch selber bestimmen. Was will man sozusagen in seiner Eingabemaske auch alles haben? Und es ist natürlich auch eine ständige Aktualisierung von Daten in so einem Programm ohne weiteres möglich. Es ist also ein klassisches Ahnenforschungsprogramm, mit dem man eine GEDCOM herstellen kann. Sie können auch ein ganz normales, anderes Programm benutzen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, was ich benutzt habe und habe dabei auch festgestellt, dass sich AGES besonders gut nutzen lässt. Einfach aus dem Grund, weil es so ein paar Features hat in der Beta-Version, die wahnsinnig hilfreich sind. Und dazu gehört beispielsweise die automatische Plausibilitätsprüfung. Weil was Ortsfamilienbücher so schwierig macht, ist es, man kann eigentlich im Nachgang nicht nochmal jemanden zweiten drüberschauen lassen, der alle Daten überprüft. Wer überprüft schon 33.100 und zerquetschte Datensätze nochmal? Ja, am Original. Ja, das ist kaum möglich. Das heißt, die Erfassung ist enorm wichtig, dass man dort sehr, sehr akribisch arbeitet. Und deswegen ist diese Plausibilitätsprüfung natürlich toll, weil die zeigt mir sofort an, wenn ich einen Fehler mache. Also wir sehen hier, die Frau ist angeblich 1861 verstorben und hat 1862 geheiratet. Sofort wird mir angezeigt, hier stimmt was nicht. Ja, hier ist was nicht in Ordnung. Und unten gibt es dann auch nochmal einen Warnhinweis, der da sofort aufpoppt, wo dann auch noch genau drinsteht. Tod darf nicht vor der Hochzeit liegen. Das ist ein sehr mächtiges Hilfsmittel, weil man hat Zahlendreher. Man hat auch manchmal nicht aufgepasst. Ich komme dann noch zu diesem Wahnsinn bei der Auffassung. Das passiert einfach. Ja, und dementsprechend muss man nochmal schauen und muss sich auch immer vergewissern, jeden Datensatz, den man einträgt, nochmal reinschauen, nochmal genau überprüfen, bevor man dann mit dem nächsten Eintrag weitermacht. Ebenfalls sehr komfortabel bei AGES ist die Suche nach bereits eingegebenen Personen. Wir sehen hier links mal die Möglichkeit, wenn ich den Namen Tögel einfach eingebe. Da sieht man, da werden nicht nur Namen ausgegeben, die den Namen Tögel tragen, sondern auch die Namen, die beispielsweise mit dem Namen Tögel in Verbindung stehen. Beispielsweise Emil Konrad Sechehei, übrigens auch jemand, der amerikanische Vorfahren hat. Und der hatte eine Tögel-Frau geheiratet, nämlich Nathalie Tögel, die dritte Frau von Julius Hermann Tögel. Und dementsprechend wird er hier auch mit angezeigt. Wenn ich aber oben eingebe, und das sehen wir hier auf der rechten Seite, C-A-J-U-Tö, also für Karl-Julius Tögel, dann wird mir sofort nur ein Name angezeigt. Ich muss also auch nicht den ganzen Namen eingeben, sondern kann einfach hier mit Kürzeln arbeiten. Und das ist natürlich sehr komfortabel und man kommt hier relativ schnell auf die richtigen Namen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, da gehe ich nochmal kurz zurück, auch das macht man dann oben neben dem Namen, sieht man diesen Füller. An diesem Füller kann man außerdem noch andere Namen eingeben. Also wenn der Name Borisch beispielsweise mit P geschrieben wird, was nicht so unüblich wäre, also Porisch, dann könnte man das dort oben eintragen. Und dann würde mir, wenn ich nach Borisch suche, auch der Name Porisch mit angezeigt werden. Das heißt, Namensvarianten sind eben auch möglich. Das ist für ein Ortsfamilienbuch nicht unwichtig, weil sich Namen natürlich verändern. Ich habe die Namen verwendet, die am Schluss im 19. Jahrhundert verwendet worden sind und im 20., weil es die heute gebräuchlichen Namen sind und weil die Menschen heute natürlich nach dem Namen suchen, nicht von 1700, sondern nach dem Namen wahrscheinlich eher aus dem 20. Jahrhundert. Und genau aus diesem Grund habe ich dann sozusagen diese Namensvarianten, aber eben hinter den Namen erfasst und sie sind dann auch im Buch ausgegeben. Deswegen dieser Punkt und der ist deswegen auch nicht ganz unwichtig. Ebenfalls schön, was man in diesem Buch noch hat, ist eine Dubletten-Suche, weil selbst wenn man alles beachtet hat, es kommt zu Dubletten. Und diese Dubletten-Prüfung, die hier drin ist, sollte man nicht automatisch durchführen, dann kommt man ins Chaos, sondern die muss man dann schon einzeln machen. Das muss man dann alles nochmal durchgehen. Man kann die auch etwas schärfer oder etwas weniger scharf einstellen, je nachdem und kann dann im Endeffekt diese Daten relativ gut miteinander verschmelzen. Aber Vorsicht! Obacht! Wenn man dabei einen Fehler macht, dann muss man eigentlich nochmal zum alten Datensatz zurück. Ja, und man kann es nicht rückgängig machen im Ages. Das heißt, was man dort gemacht hat, deshalb vorher zwischenspeichern, dann verschmelzen und falls da ein Fehler aufgetreten ist, dann nochmal zur alten Version zurückgehen. Das ist meine Empfehlung. Verschmelzen ist eine ganz gefährliche Sache bei Datensätzen. An der Stelle muss man wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, was das Schöne im Ages ist, es hat sehr komfortable Ausgabefunktionen. Das heißt, man kann sich auch mal ein paar Sachen einfach mal grafisch anzeigen lassen. Dann hat man einen guten Überblick, wer gehört jetzt hier eigentlich zu wem. Ja, also ich habe jetzt mal hier den Hans-Kar Knüschel genommen. Das ist sozusagen derjenige, weswegen ich in Lockwitz wohne. Der hat mir nämlich sein Haus verkauft. Und er ist leider 2019 verstorben. Ich darf die Daten hier zeigen, weil ich die Genehmigung von der Familie Knüschel habe. Aber ich wollte hier nur mal zeigen anhand dieser Sache, wie man das dann ausgeben kann. Und da sieht man dann dementsprechend auch ein bisschen mehr als nur über die reinen Daten hinaus. Ja, Tipps für die Auffassung. Also, bevor ich ein Ortsfamilienbuch habe oder machen möchte zu einem bestimmten Ort, muss ich mir die Quellen, die vorliegen, vorher genau anschauen. Auf die Lesbarkeit. Schafft man das? Kann man das gut lesen? Ist das schwierig? Wie lange brauche ich für einen Eintrag? Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst wird das sehr schwierig. Das Lockwitzer Buch ist relativ gut zu lesen. Es gibt so ein paar Jahre, wo es ein bisschen schwieriger wird, wo der Pfarrer schon ein bisschen älter war, um es mal vorsichtig zu umschreiben. Da wird es etwas zittrig. Aber es gibt eigentlich eine relativ gute Lesbarkeit. Ganz anders beispielsweise im Kirchenbuch von Loschwitz in Dresden. Dort haben wir etwa ab 1850 eine Lesbarkeit, die nahezu bei Null ist. Selbst große Experten haben das nicht hinbekommen, das zu lesen. Dort werden Einträge wild übereinander geschrieben. Es ist so gut wie nicht, auseinanderzuhalten. Dementsprechend ist das mal eine Aufgabe für ganz, ganz viel Zeit. Man sollte nur Personen erfassen, die wirklich im Ort lebten. Nun ist es bei mir eben so gewesen, dass ich mir vorgenommen hatte, also wenn ich jetzt eine Person finde, die in Lockwitz beispielsweise geheiratet hat, dann sind die verzogen nach Dresden, was jetzt nicht unüblich war. Dann habe ich dort eben auch noch die Kinder mit aufgenommen. Ja, das kann man so machen. Es führt aber dazu, dass das Buch immer größer und immer größer wird. Der Aufwand ist auch immer größer. Es dauert also länger. Das heißt also, wenn man sich auf den Ort beschränkt, wird es überschaubarer. Zweiter Punkt ist systematisch vorgehen. Also Reihenfolge zuerst mit den Heiraten beginnen, dann mit der Geburt, dann mit den Todesfällen. Die Heirat bietet die meisten Informationen für Genealogen. Dementsprechend ist sie auch sehr gut geeignet, damit man die Person dann auch wieder identifizieren kann und sagen, okay, das ist der und das ist der. Ganz, ganz wichtig. Und auch noch ein wichtiger Hinweis bei Ages an der Stelle. Kleine Sekunde. Die Berufe sollten einzeln erfasst werden. Das heißt, man kann die Berufe natürlich mit Komma trennen, aber das ist schlecht für ein Berufeverzeichnis. Das heißt, den Beruf sollte man dann, wenn mehrere Berufe da sind, was weiß ich was, Tagearbeiter, Hausbesitzer und dann später war ein Erschlosser, diese Berufe sollte man einzeln erfassen. Das ist besser, wenn man dann noch ein Verzeichnis anlegen will. Für Bücher, wichtiger Punkt, da sollte man vielleicht auch überlegen, einfach um die Masse an Druckdaten zu verringern, die Eltern von Auswärtiggeborenen, aber im Ort Verstorbenen oder Verheirateten eben nur als Notiz zu erfassen. Das heißt, das habe ich dann jetzt bei meinem nächsten Ortsfamilienbuch gemacht. Da steht dann eben nur, ist der Sohn oder die Tochter von den beiden und eventuell noch ein paar Informationen dazu. Das ist aus meiner Sicht ausreichend. Das ist auch der Standard der badischen Ortssippenbücher beispielsweise. Und da kann man ja dann in den Orten, wo es weitere Ortssippenbücher gibt oder Ortsfamilienbücher, dann dort weitersuchen. Für Online empfehle ich das nicht zu tun. Dort ist es sinnvoller, die GetCom von vornherein mit allen Daten, die man hat, auch entsprechend anzulegen. Das heißt also auch Vater und Mutter von solchen Personen dann eben auch als Vater und Mutter zu erfassen, weil das natürlich die Auffindbarkeit im Online-Vortortsfamilienbuch deutlich erhöht. Von daher auch da wieder die Entscheidung, was mache ich, Buch oder Online? Denn im Nachgang das nochmal alles nachzuarbeiten, ist auch schwierig. Es gab gerade einen Beitrag bei ComptGen, wo auch Wünsche der Forschung sozusagen genannt worden sind. Die habe ich hier nochmal mit aufgefasst, weil ich da auch ein bisschen was dazu sagen muss, weil das die Erfassung sehr stark beeinträchtigt. Gerade das Thema Todesursachen ist ein Thema, was im Ages relativ gut zu bewältigen geht, weil es zu jedem Tod sozusagen auch dieser Punkt erfassbar ist. Er ist auch auswertbar dann zum Schluss. Also von daher passt das. Todesursachen funktionieren also. Trauzeugen gibt es nicht überall, wird nicht überall mit angegeben. Bei Zivilstandsakten ja. Ich habe, weil ich schon merkte, dass ich mit meinem Lockwitzer Buch sehr weit bin, keine Taufzeugen, auch keine Trauzeugen aufgenommen. Das habe ich bei meinem Nächstenortsfamilienbuch nicht getan. Dort habe ich auf jeden Fall die Taufzeugen mit aufgenommen und zwar von den beiden älteren Büchern. Weil diese dann wirklich Aufschlüsse geben hinsichtlich den Namen von Verwandten, hinsichtlich der Nachnamen von Frauen und Ähnliches. Dementsprechend habe ich es dort mit aufgenommen. Es erweitert das Buch erheblich, weil jede Person ja zusätzlich auch als Person aufgenommen werden muss. Es reicht also ja nicht, dann einfach nur irgendwo dran zu schreiben, ja, die und die Trauzeugen waren dabei da. Nein, es muss ja dann auch familiär erfasst werden. Und das heißt, ich muss nach diesen Personen erstmal suchen, habe ich die eventuell schon mit aufgenommen und dann mache ich die zu Taufzeugen oder Trauzeugen. Das ist ein relativ hoher Aufwand. Es wird gerade von der Wissenschaft natürlich gern gesehen, weil man damit natürlich dann auch soziale Bezüge herstellen kann und zeigen kann, okay, der kam aus besserem Hause, der aus weniger. Dementsprechend ist das der Wunsch. Ich verstehe das, aber es macht einen Wahnsinnsaufwand. Wohnadressen ist ähnlich. Teilweise sind die Leute im Dorf fünf oder sechs Mal umgezogen. Also dementsprechend ist das auch ein sehr, sehr hoher Aufwand an der Stelle. Die Art der Erfassung, also ob man es jetzt vom originalen Skript aufnimmt oder von der Kartei, was ja auch theoretisch denkbar ist, dass es schon eine Kartei irgendwo gibt, die man dafür nutzen kann für ein Ortsfamilienbuch. Das geht. Das ist auch keine große Problematik, gerade wenn man die Quellen sowieso ordentlich mit aufnimmt. Und deswegen auch die genutzten Quellen anzugeben, ist auch kein Problem. Das sind wiederum Dinge, die kann man sehr, sehr gut machen und das sollte auch kein Problem darstellen. Also von daher gebe ich eben nur zu bedenken, je mehr Menschen man aufnehmen muss, umso größer wird das Buch, umso größer wird auch die Online-Datei und dementsprechend muss man halt gucken, umso länger braucht man auch. Ja, meine Erfahrungen, es dauert und es dauert länger, als man denkt. Dementsprechend muss man, wenn man so ein Projekt angeht, sich dessen im Klaren sein, das ist jetzt nicht innerhalb von einem halben Jahr irgendwie abgeschlossen. Es sei denn, man kann jeden Tag daran arbeiten, aber auch das empfehle ich nicht. Es kommen ständig auch neue Quellen hinzu. Bei mir war es in diesem Zeitraum beispielsweise die Erfassung von Sterbebüchern, die bei Ancestry noch erschienen sind. Es waren auch noch weitere Quellen, die zu Dresden dann plötzlich aufgetaucht sind. Es poppte dann plötzlich auch bei uns im Heimatverein noch plötzlich ein Buch auf, wo die Mitglieder von Turnvereinen mit erwähnt waren. Also es kommt immer noch was dazu. Irgendwann muss man mal Schluss machen. Das kann ich nur empfehlen, an der Stelle dann zu sagen, okay, das war's. Müdigkeit, ganz großes Thema bei mir, weil ich konnte, ich bin, wie es vorhin so jemand so schön sagte, gehöre ich noch zur schaffenden Intelligenz. Das heißt, ich arbeite noch. Und dementsprechend führt Müdigkeit zu Fehlern, weil wenn man abends damit arbeitet, kann man nicht so lange machen. Also mehr als drei Stunden abends ging nicht mehr. Es führt dann auch zu Fehlern. Es führt dann auch zu Problemen, weil man vergisst, zwischenzuspeichern. Und dann ist alles, was man aufgenommen hat, weg. Und dann hat man erst mal keinen Bock mehr. Ich sage es so, wie es ist. Von daher muss man schauen, wie man das hinbekommt. Sobald man anfängt, müde zu werden, die Augen fallen einem zu oder man merkt so, die Augen werden trocken, dann ist einfach Schluss. Dann sollte man lieber beim nächsten Tag weitermachen. Es gibt ja auch keinen Abgabetermin in dem Sinne. Also keiner zwingt einen, dann irgendwann fertig zu werden. Und ich hatte ja schon gesagt, nur die relevanten Daten erfassen. Und um diesen Wahnsinn mal so ein Stück weit in eine wohlwollende Formulierung zu packen, nehme ich mal jetzt, zitiere ich jetzt meine Frau, die nämlich zu mir mal gesagt hat, die Ahnen laufen dir nicht weg. Und damit hat sie recht. Und das ist ein Punkt, den kann ich nur unterschreiben. Man muss sich hier wirklich darauf einlassen, dass es einfach dauert. Gut, ja, wie wird das jetzt aber ein Ortsfamilienbuch? Theoretisch kann man im Ages auch ein Familienbuch erstellen. Es ist aber bei weitem nicht so komfortabel wie das Programm von Dietrich-Hesmer OFB 8.0, was ich benutzt habe. Mittlerweile gibt es schon die nächsten Versionen. Dieses Buch oder sagen wir mal, diese Software hat mir wirklich die Möglichkeit gegeben, eigentlich eine wunderbare Word-Datei schon mal zu erstellen, mit der ich auch sehr, sehr gut weiterarbeiten konnte. Dieses Programm lässt eine statistische Auswertung zu. Man kann Verzeichnisse erstellen für Berufe, für Familiennamen, für alles Mögliche. Man kann, die Datenschutzeinstellungen sind auch sehr wichtig. Wir sehen dort den Reiter Datenschutz. Dort kann man einstellen, wie man einen harten Datenschutz, das heißt, es werden gar keine Daten nach den Personenstandszeiten ausgegeben, also 110 Jahre Geburt, 80 Jahre für die Heirat und 30 Jahre für den Tod. Oder man kann es ein bisschen sanfter einstellen, was theoretisch denkbar ist, wenn also Todesdaten bekannt sind, dass die Daten dann veröffentlicht werden dürfen nach einem bestimmten Zeitraum. All das geht dort einzustellen. Das heißt, ich muss nicht jeden einzelnen Datensatz mir noch mal angucken. Das macht das Programm für mich. Die Ausgabeeinstellungen sind ebenfalls, man kann sie als HTML ausgeben, also auch für eine eigene Website, theoretisch denkbar. Man kann aber gleichzeitig eben auch eine Word-Einstellung haben. Man sieht dort einen Punkt auch optimieren für Druck, Word. Auch das geht. Dadurch werden die Abstände etwas kleiner. Ich habe sowieso das gesamte Buch noch mal neu durchformatiert. Ich bin gerade dabei, mir eine neue Formatierung auch zu bauen für dieses Programm, was geht. Und beim nächsten Mal quasi das Buch dann gleich komplett in einer Word-Datei ausgeben zu können. Wie gesagt, das macht das Programm, aber die Formatierungen sind vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Deswegen habe ich mein Programm noch mal etwas schöner formatiert. Das Programm arbeitet mit vielen genealogischen Programmen. Es gibt dafür sogenannte Hilfsprogramme oder sogenannte Profildateien, die man dafür herunterladen kann kostenlos bei Dietrich Hesmer seiner Website. Ich habe also dann die Profildatei für Agis benutzt und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Dietrich Hesmer ist auch sehr hilfsbereit. Ich hatte erst letztens wieder ein Problem, wo er mir schnell weitergeholfen hat. Von daher kann ich das wirklich wärmstens empfehlen an der Stelle. Und wie gesagt, man bekommt dann ein komplettes Ortsfamilienbuch, was man sofort veröffentlichen kann. Ja, kommen wir mal noch zum Thema Familiennummern. Ich habe in meinem Ortsfamilienbuch Familiennummern verwendet. Es gibt Ortsfamilienbücher, die keine Familiennummern haben. Es gibt auch Kollegen, ich nenne jetzt mal Manfred Wegele beispielsweise, die sagen, nee, das ist schlecht für ein Familienbuch, weil da kann ich ja später gar nichts mehr dran verändern. Das ist richtig. Ja, weil wenn man sich einmal für Familiennummern entschieden hat und man hat dann später noch Familien, die dazukommen, dann muss man eigentlich im Buch alles komplett neu nummerieren. Weil sobald eine neue Familie dazukommt, die Nummern werden ja nach dem Alphabet dann sozusagen vergeben und durchgängig nummeriert. Dann muss man nochmal neu anfangen. Deswegen ist das an der Stelle richtig, aber wenn man so viele Namen in einem Buch drin hat, also mehr als 10.000 Namen, dann sind solche Nummern dringend zu empfehlen, weil sonst der Anteil des Platzes, den man braucht, um ohne Familiennummern auszukommen, viel, viel zu hoch ist. Man spart also unwahrscheinlich Platz im Buch, wenn man einfach nur die Nummern dort drin hat. Ich zeige dann auch gleich nochmal, wie das geht. Sonst müssten nämlich die Personen und die Eltern bei jedem Ergebnis mit angegeben werden. Also zu jeder Person würden dann die Eltern nochmal dabei stehen müssen, damit man sich wieder zurechtfindet und weiß, okay, also welcher Friedrich Gottfried Müller ist es denn jetzt? Und dementsprechend ist das schwieriger. Da ist die Familiennummer eindeutig, weil sie genau auf die Familie rüber geht. Wir sehen das hier am Beispiel aus meinem Buch, wo man diese Daten eben auch sieht. Da sieht man eben, da ist eine Person, Friedrich Wilhelm Tschetsch, der hat eben dreimal geheiratet. Und diese Informationen stehen eben dann dort hier mit drin zu dieser Person. Und unter dieser Nummer finde ich den dann auch. Und die Eltern finde ich dann eben auch. Und ich will das mal beispielhaft machen. An August Hermann Schage, der Steigerzugführer der Freiwilligen Feuerwehr in Lockwitz war. Und den sehen wir jetzt hier auch gleich mal im Bild. Ja, eine sehr markante Persönlichkeit. War eigentlich, kam aus Kreischer, ist also nicht in Lockwitz geboren. Hat aber dort eben die Freiwillige Feuerwehr mitgegründet und war der erste Steigerzugführer. War verheiratet in Lockwitz mit Anna-Therese Unger. Und jetzt sehen wir schon die Familiennummern. Er hat also die Nummer 13154 und seine Eltern stehen unter der Nummer 13158 und die Eltern der Anna-Therese Unger unter der Nummer 11808. Das heißt, dort suche ich dann einfach weiter. So, und jetzt kommt es aber noch, weil der August Schage, der hätte eigentlich fast seine eigene Feuerwehrkompanie bilden können. Ja, der hatte nämlich 16 Kinder. Und von denen sind auch einige doch deutlich älter geworden, die hier schwarz dargestellten, natürlich nicht. Die sind relativ früh schon verstorben, aber alle anderen haben sozusagen Schage-Dynastien in Lockwitz gegründet. Und dementsprechend ist es natürlich dann auch wichtig, dass man dann zu diesen ganzen Familien, die da entstanden sind, eben auch kommt. Ich will es jetzt aber von der anderen Seite zeigen. Wir gehen jetzt nämlich mal zu den Eltern von August Hermann Schage. Und die sehen wir dann hier. Da ist dann eben klar gemacht, okay, da ist ein Friedrich August Schage, der ist in Königstein verstorben. Diese Informationen stammen natürlich noch aus dem Lockwitzer Buch. Und der war geschieden von der Amalia Auguste Weidner. Und das wissen wir deswegen, weil diese Amalia Auguste Weidner, wenn wir zur Nummer 2207 dann weitergehen, die hier als weitere Partnerschaft angegeben wird, eben einen Lockwitzer geheiratet hat. Und deswegen wissen wir das. Und da finden wir dann natürlich die Amalia Auguste Weidner eben auch nicht als erste Person, sondern immer den Mann. Ja, ein Ortsfamilienbuch ist in gewisser Weise etwas chauvinistisch, weil der Mann die entscheidende Rolle spielt. Das war in den damaligen Zeiten aber so üblich. Und deswegen ist es auch in Ortsfamilienbüchern so üblich, die Frauen nur dann einzeln zu erfassen, wenn sie nicht geheiratet haben. Ja, dann ist das eventuell möglich. Wenn sie beispielsweise ein uneheliches Kind hatten, dann erscheinen sie eben auch mit einer eigenen Familiennummer. Ja, und zu den Ungers findet man dann natürlich auch unter der entsprechenden Nummer dann eben auch die Eltern. Und wir haben dann auch hier bei der Amalia Auguste Weidner, wenn wir das rechts sehen, steht dann eben auch, siehe auch Nummer 13.158. Das ist dann wieder der Querverweis auf die erste Ehe. So funktionieren Familiennummern. Und das heißt natürlich auch, dass das unwahrscheinlich platzsparend ist zum Schluss. Ja, so, diese Tabelle ist wahnsinnig groß und lang. Deswegen werde ich gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Ich habe mir das einfach mal irgendwie visuell vorführen wollen. Nämlich die Frage, bei wem publiziere ich jetzt mein Buch? Ich habe mich ja für ein Buch entschieden. Und deswegen habe ich dann auch überlegt, okay, bei wem könnte das jetzt am besten passen? Und da habe ich einfach mal Kosten verglichen. Ich habe geguckt, okay, wie erscheint das Buch dann? In welcher Form gibt es auch die Möglichkeit, beispielsweise ein E-Book rauszubringen? Das bieten beispielsweise solche Verlage wie BOD oder ePubli mit an. Bei Cardamina ist das nicht der Fall. Dort kann man zwar in irgendeiner Form eine Exit-Datei dann generieren, die dann auch irgendwie angeblich fälschungssicher ist. Ich war mir da nicht so sicher, ob das so super funktioniert. Ich habe das einfach gelassen. Ich habe auch den Eigenverlag geprüft. Ja, das sieht man schon. Okay, also so ein Buch hat man dann natürlich da, aber man hat einfach auch Kosten. Die wären damals bei meinem Buch mit einer Auflage von 50 Stück, hätten die bei über 3.700 Euro gelegen. Das ist viel Geld. Und deswegen sind natürlich dann Verlage da eher in der Lage zu sagen, das machen wir, weil bei Book on Demand fallen keine Druckkosten erst mal an, sondern nur dann, wenn das Buch gedruckt wird. Und es bezahlt dann der, der das Buch kauft. Ja, das ist ein ganz großer Vorteil. Das ist bei Cardamina ähnlich. Die drucken auch on Demand. Dementsprechend hat man aber längere Lieferzeiten. Ja, wenn dort jemand ein Buch bestellt, dann dauert das 10 bis 14 Tage, bis es halt gedruckt wird. Cardamina druckt von neuen Büchern allerdings schon mal eine gewisse Anzahl, weil die so über den Daumen wissen, okay, so und so viele Bücher gehen davon auf jeden Fall weg. Bei mir haben sie jetzt auch schon nochmal nachgedruckt. Also offensichtlich wird das Buch doch eben gekauft. Die Preise sind unterschiedlich. Bei Book on Demand sind sie definitiv höher. Das sind Wunschpreise, die da angegeben werden können. Aber irgendwann sagt dann auch Book on Demand und Epubli, nee, jetzt ist aber Schluss. Man kann die nicht günstiger machen, als der Druckpreis ist, logischerweise. Autorenhonorar gibt es auch, durchaus. Cardamina gibt beispielsweise 10 Prozent. Man kann aber selber festlegen, wie viel Geld das dann zum Schluss ist. Ich habe festgelegt, mehr als sieben Euro will ich an jedem Buch nicht verdienen. Daran sieht man schon, reich wird man daran nicht. Ich habe jetzt so ungefähr die Kosten rein, die ich für mein Korrektorat eingeplant hatte. Also von daher, an der Stelle muss man einfach sagen, Geld verdient man damit eigentlich nicht. Das geht eher um die Ehren. Versandkosten spielen manchmal auch eine Rolle. Beim Eigenverlag muss man es selber versenden. Da hat man dann ein großes Konvolut. Die anderen Verlage bieten das inklusive mit an. Die kalkulieren das also entsprechend mit. Interessant ist auch, kümmern sich die Verlage auch um solche Sachen wie ISBN-Nummer, Verzeichnis lieferbarer Bücher, das steckt unter VLB und so weiter. Das machen die Verlage. Auch Pflichtexemplare. Sie müssen ja so sehen, die Bücher müssen ja dann auch am Standort des Verlages auch an die entsprechende Bibliothek abgegeben werden. Das machen die Verlage auch mit. Das müssten sie sonst auch tun. Der Nachteil bei mir war, ich sitze in Lockwitz und Dresden. Kardamina sitzt im Koblenzer Raum. Und dementsprechend wird natürlich mein Ortsfamilienbuch dort an die Bibliothek abgegeben und nicht an die SLUB. Aber die SLUB hat kurzerhand einfach Bücher bestellt. Das ist also meine, die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek. Ja, Covergestaltung muss man selber machen. Bei der Stiftung Steuer und AMF, da vielleicht noch eine, ist das eine gewisse Besonderheit. Die Bücher dort erscheinen nur im entsprechenden Design, was die AMF vorgibt. Die Bücher sind auch nur A5 groß. Das heißt, ich hätte mindestens in zwei Bänden, wenn ich sogar in drei, drucken müssen. Der Vorteil ist, dass man überhaupt keine Kosten hat. Die werden komplett übernommen. Man übergibt aber auch seine Urheberrechte komplett an die AMF. Das muss man sich wirklich gut überlegen, weil die AMF dann auch mit den Daten machen kann, was sie will. Dementsprechend muss man sich vorher genau überlegen, ob man das möchte oder nicht. Eine Neuauflage ist in dem Sinne auch nicht ohne die Zustimmung der Stiftungssteuer in dem Sinne möglich. Also das sind die Dinge. Die Datei ist ja sozusagen dann für alle verfügbar. Man kann sie sich anschauen. Sie ist jetzt nicht mehr auf dem neuesten Stand, Stand 2021. Aber man kann sie gerne benutzen, um seinen eigenen Vergleich an der Stelle zu machen. Ja, warum habe ich mich jetzt für Cardamina entschieden? Ja, ich hatte einen sehr guten und sehr entscheidend guten Kontakt zur Frau Breul, die dort für den Cardamina Verlag tätig ist, die mir sehr klar, sehr transparent gemacht hat, wie die arbeiten. Ich bekomme, bevor ich überhaupt das Buch dort publiziere, ein Probeexemplar meines Buches. Das finde ich extrem hilfreich. Ich habe dadurch auch noch einige Fehler finden können, weil im gedruckten Exemplar findet man einfach noch mehr. Auch Formatierungsfehler und andere Dinge. Wenn das Buch gedruckt ist, sieht man die Dinge. Man kann das Buch vorher x-mal angeguckt haben, man sieht es nicht. Deswegen ist ein Probeexemplar sehr wichtig. Das Verwertungsrecht verbleibt bei mir. Ich bin der Urheber. Der Verlag hat das Recht, das Buch jetzt aufzulegen für eine bestimmte Zeit. Die konnte ich mit dem Verlag verhandeln. Auch das war für mich wichtig, weil ich will es ja dann irgendwann auch online herausbringen. Ich konnte bei Cardamina als einzigen Verlag das Buch in einem Band herausbringen. Das Problem ist, bei Book on Demand liegt die Grenze etwa bei 600 bis 700 Seiten. Mein Buch ist 1024 Seiten stark. Cardamina waren die einzigen, die gesagt haben, wir können das in einem Band drucken. War mir wichtig. Und sie haben einen eigenen Online-Shop, auch eine gewisse Werbung. Der eine oder andere, der bei CompGene als Mitglied ist, kennt das ja. Die haben meistens die Umschlagseite 4 auf dem CompGene Magazin. Und auch das war für mich nicht ganz unwichtig, weil dadurch bekommt man natürlich dann auch ein bisschen mit, dass da wieder was Neues erschienen ist. Auch nochmal so ein Punkt. Und, wie gesagt, es ist auch später online noch publizierbar. Aber ich habe mit dem Verlag, also wie gesagt, einen zeitlichen Rahmen da einschätzen können. Und da ist man mir auch entgegengekommen an dieser Stelle. Ja, so sieht das Buch dann eben aus. Und erschienen ist es 15. Dezember 2021. Was fehlt, ist ein Namensverzeichnis, weil das hätte das Buch noch mehr aufgebläht. Ein Namensverzeichnis ist aber hilfreich, insbesondere für die Namen der Frauen. Dementsprechend habe ich bei meinem neuen Buch das anders gemacht. Dort gibt es ein Namensverzeichnis der Frauen. Ein Namensverzeichnis der Männer halte ich für überflüssig, weil ja nach den Männern eh schon das Buch geordnet ist. Und nach den Namen. Und dementsprechend findet man das im Buch eigentlich relativ gut. Ja, und was kann man in so einem Buch noch haben? Naja, gute Geschichten. Ja, das verkauft natürlich so ein Buch noch zusätzlich. Und damit kommen wir auch zu dem ganzen Thema Promotion. Ja, also hier gibt es beispielsweise ein Buch von Lockwitzer Bürgern, die auch nummeriert waren, die irgendwann mal in der Zeitung gestanden hatten. Und da stand aber eben nur dabei der Nachname und der Beruf. Ja, wer ist das jetzt aber ganz genau? Und dieses Bild hier stammt also aus dem Jahre 1859. Das konnte ich nämlich nachweisen, weil eine Person, die auf diesem Bild ist, nämlich bereits 1860 verstorben war. Und ja, jetzt ist es mittlerweile alles im Buch enthalten. 41 der 43 Personen konnte ich eindeutig identifizieren. Und bei den anderen gab es einfach Namen. Die hatten denselben Namen zur selben Zeit. Da war es einfach nicht ganz klar, wer jetzt wer ist. Und dementsprechend konnte ich es dann nicht. Aber die Daten konnten dann auch in diesem Buch eben veröffentlicht werden. Und das war natürlich dann auch für viele Heimatforscher auch sehr, sehr hilfreich. Und es gibt auch Anknüpfungspunkte natürlich zu anderen Forschern, die dann plötzlich durch so eine Arbeit an so einem Ortsfamilienbuch, ich war hier auf den Forscher selber zugegangen. Und der sagte mir, ja, das ist ja ganz interessant. Und ich habe auch noch ein Bild da von dem Paul Theodor Wilhelm Plischke. Und da war ich ganz begeistert, denn im Heimatverein gab es kein einziges Bild von ihm. Wir sehen ihn hier rechts im Bild zusammen mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen. Ja, also das ist einfach eine tolle Geschichte gewesen. Ich konnte dieses Bild dann eben bekommen von dem Autor. Und das war nochmal eine ganz tolle Geschichte, auch für das Buch, um das zu veröffentlichen. Ja, und man findet natürlich auch spannende Geschichten. Ja, in den Chroniken war zu lesen, ja, möge seinesgleichen nie wieder geboren werden. Und da war von einem Mann die Rede, der einen Gesellen zu Tode gebracht hätte, um ihm seine Geldkatze zu stehlen. Aber es war kein Name genannt. Und durch die Kirchenbücher ist das nun offiziell. Denn der Mörder hieß Johann Christoph Ebelt, war Sohn eines Schumachers in Lockwitz. Auch sein Bruder war nicht gerade, ja, untätig im kriminellen Milieu. Er hatte andere um sein Geld betrogen. Aber sein Bruder, sein jüngerer Bruder, hat es noch weiter gebracht. Denn er hat tatsächlich jemanden ermordet wegen des Geldes am 12. Februar 1771. Und zwar auf dem Weg zwischen Luga und Lockwitz. So steht es im Kirchenbuch. Und es steht auch da, dass er aus Habgier das getan hat. Und der Pfarrer schrieb, wie gesagt, dann diesen Satz. Und spannend an der Geschichte ist, dass er im Jahre 1772, also fast anderthalb Jahre nach diesem Mord auf dem Güggelsberg, das ist ein kleiner Hügel in der Nähe von Lockwitz, tatsächlich noch gerädert worden ist im Jahre 1772. Das ist für diesen Zeitraum nicht mehr so ganz üblich. Aber diese Todesart ist doch recht brutal. Das sehen wir auch hier auf dem Bild, was eine Nachstellung natürlich ist, aber nicht dieses Ereignisses, sondern eines anderen. Ja, zu Promotion und Werbung gehört natürlich auch ein bisschen was dazu. Ich habe mal hier ein paar Sachen aufgeführt. Zum Beispiel, wir haben hier ein regionales Portal, was Lockwitz intern heißt. Ja, so intern ist das gar nicht. Das ist eher extern. Da kann man also was draufbringen. Da habe ich was geschrieben. Ich halte einen Vortrag zu dem Ortsfamilienbuch bei unserem Verein. Es ist auch geteilt worden. Die Schule hat sich so ein Buch zugelegt und hat das geteilt bei Facebook. Das habe ich dann natürlich auch weitergeteilt. Ich habe beim Gen-Wiki natürlich auch dieses Buch eingestellt. Das heißt, dankenswerterweise war das der Michael Jone. Ich habe dann auf dieser Seite noch ein Namensverzeichnis und ein Berufeverzeichnis bzw. ein Ortsverzeichnis auch noch ergänzt. Das hat mich ein bisschen Arbeit gekostet, aber das war auch mit den Verzeichnissen, die man aus dem OFB 8.0 Programm machen kann, relativ einfach. Man kann die Daten dann einfach in eine Excel-Datei übernehmen und dann kann man die relativ gut dort auch im Gen-Wiki einfach einspielen. Das war gar nicht so kompliziert. Der Vorteil dessen ist, dass die Leute wirklich nachgucken können, ist mein Name in diesem Buch. Und das sorgt natürlich auch für Auffindbarkeit. Und jetzt habe ich nur noch die Hoffnung, dass mit dem neuen Gen-Wiki dann auch die Auffindbarkeit bei Google deutlich verbessert wird. Ich habe auch noch eine Postkarte auf Veranstaltungen gehabt, zum Beispiel jetzt beim letzten Genealogentag. Da lag meine Karte mit aus. Das war relativ günstig, kann ich ruhig sagen. Ich habe für diese Auslage 15 Euro bezahlt und für dieses Kartendrucken habe ich 35 Euro bezahlt. Also das war nochmal eine Investition. Ja, aber es war es mir wert. Und ich habe natürlich auch bei Wikipedia-Einträgen zu Lockwitz nachgeschaut, was steht denn da so drin, kann ich da was ergänzen und kann ich dann als Quelle für diese Ergänzung auch mein Ortsfamilienbuch mit angeben. Auch das sorgt natürlich dann für Verbreitung. Man findet dadurch das Buch viel öfter. Außerdem jeder Klick zählt. Und deswegen hat mir meine liebe Frau zu meinem Geburtstag auch eine eigene Website gebastelt. Das ist natürlich auch nicht ganz so schlecht, weil auf diese Art und Weise findet man dann natürlich dieses Buch auch deutlich schneller und kann dann von dort aus auch verlinken auf andere Artikel und so weiter und so weiter. Und man kann dazu natürlich dann auch Fachbeiträge veröffentlichen zum Buch, zu Lockwitzer Geschichte und da regelmäßig dann auch bloggen und natürlich auf das Buch aufmerksam machen. Ich habe das in letzter Zeit etwas schleifen lassen. Ich habe einfach aktuell zu viel zu tun und dementsprechend wird es aber jetzt im Dezember eine neue Veranstaltung geben von unserem Heimatverein. Und auch da werde ich natürlich dann auch wieder meine Postkarten beispielsweise dabei haben und ausliegen haben und das Buch natürlich auch, dass man dort mal mit reinschauen kann und sich dann vielleicht doch noch entscheidet, das Buch zu kaufen. Ja, und das nächste Projekt steht schon kurz vorm Abschluss. Wir sehen hier bereits das Cover. Es wird etwas größer sein vom Zeitraum her, 1571 bis 1946, also 375 Jahre Familiengeschichte sind da drin. Röhrstorf ist aber deutlich kleiner als Lockwitz. Dementsprechend sind es auch nur die Hälfte der Namen. Es wird also auch nur halb so groß werden insgesamt. Ich konnte hier auf Quellen zugreifen bei Archion bis 1799. Dann die Kirchenbücher. Ich hatte den Zugriff im Pfarramt. Ich konnte dort sozusagen am Original arbeiten. Und auch Schulverzeichnisse des Heimatvereins lagen vor. Das war insofern ganz wichtig, weil es dort eine Kirchenbuchlücke zwischen 1800 und 1876 gibt. Das liegt daran, dass dieses Kirchenbuch geteilt worden ist. Und zwar das von 1800 bis 1890. Und der ältere Teil verblieb im Hauptstaatsarchiv. Und das liegt mitten in Dresden. Und was 1945 in Dresden los war, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Diese Kirchenbücher im Hauptstaatsarchiv oder beziehungsweise im kirchlichen Archiv sind verbrannt, sind nicht mehr existent. Und dementsprechend gibt es da eine Lücke. Aber im Pfarrarchiv fanden sich dann noch Kirchenchroniken, Konfirmandenverzeichnisse, Aufgebotsprotokolle und ein Grabstellenbuch. Das heißt, diese Daten sind nicht bei Archion. Die sind nicht mit verfilmt worden. Aber diese Daten lagen mir vor. Das heißt, sie sind jetzt im Buch drin. Das heißt, das Buch hat mehr Daten als online und auch offline eigentlich offiziell zugänglich sind. Und das macht es dann natürlich an der Stelle nochmal ganz spannend. Das soll es gewesen sein von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen und freue mich jetzt auf die Diskussion. Vielen Dank.